Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone mit Pyrrhon Rp. Ja, mit mir also. Letzten zwei Runden gut gewonnen. Letzte Runde ein... was war das? Ich glaube, ein Hexenmeister. Der ist jetzt ein bisschen her, ich war kurz einkaufen. Ein Hexenmeister haben wir platt gemacht. Den Hexenmeister haben wir. Ich will ja nicht sagen weggewichst, aber so is it. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Erstmal was zu trinken holt. Fang an aufzunehmen, hab nichts zu saufen zu Hause. Malfurien, Stormreach. Ich will put in the world. Verdammt, Herrmann. Alles gleiche. Wir haben Young Priestess, wir haben das und das und das und das. Zwei Viecher wird ja eh nicht so früh. Obwohl, kann man mal lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich packe Demolition auch bald aus dem Deck raus. Irgendwie benutze ich die nicht so oft, dass ich die gebrauchen kann. Mein Grünen, 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 Freund. Ja, sag ich doch. Ja, wollen wir anfangen an? Hier, Young Priestess. Do you need a blessing? Okay. Immerhin habt ihr schon mal ein Damage gekriegt? Da liest doch schon mal was. Da liest doch schon mal was. Äh, jo. Aber so, boah, ich hab so Durst, ne? Ich hab Eiswürfel gerade erst reingetan, die sind jetzt schon geschmolzen. Ja, vor zwei Minuten reingeworfen, jetzt schon geschmolzen. Und die sind dick und groß und so. Dicke, große Eiswürfel. Hm, du verstehst, was ich mein. We must cleanse the Sunwell. Ja, korrekt. Nein, ich brauch... Ja, das passt. Obwohl... Äh, komm schon. Ah, ich dachte, jetzt ruf Spelldamage. Egal. Das libt schon. Das libt. So, siehst du? Geht doch. Mein Gott, schwitze ich, ey. Das ist ja der Hammer. Das ist ja schlimmer als wie beim Sport hier. Ach ja. Ein bisschen außer Atem. Mhm. Du nicht nehmen Kerzen. Ganz mal aufhören, den zu hauen. Sonst hau ich gleich zurück, du. Piskat. Du nicht nehmen Kerze. Ich hoffe, du magst meine Invention. Ja. Äh, nö. Mag ich nicht. Aber wir machen folgendes. Damit er mir nicht auf den Sack geht. Mit irgendwelchen Spells. Silenzen wir den. Notfalls haben wir noch einen Silencer im Deck. Das ist ja nicht so schlimm. Er ist ja nicht so wild. Mama. Er ist ja nicht so wild. Mama. Jetzt hat er... Jetzt killt er den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fünfe. Fünfe, fünfe, fünfe. Dann machen wir mit fünf. Joycard. Ist immer gut. Ja. Joycard. Das war gut. Viel Damage macht er nicht. Es sei denn, der hat Swipe. Und setzt den für ein Vieh ein. Das ist dann... Seine Schuld. Oh, cool. Und Townfee. Nice. Da ist sie na, jo. Wir haben sechs, ja. Erfolgendet. So. Und dann bauen wir uns. Ah. Obwohl. Ne. Der geht dann drauf. Das ist ein Problem. Das können wir nicht... Für... Antworten. Give me a minute. Nerd. Ja, korrekt. Das Fair Damage ist immer gut. Ich habe nur 28 Leben. Was soll der Scheiß? Was soll der Schmeiß? You call that a weapon. Okay. Das hat es jetzt gebracht, sagst du? Okay. Wenn du das was. Kein Ding. So. Dann mach mal. Am besten zweimal Swipe. Oder? Was fällt mir noch ein? Hat er sonst noch irgendwelche guten Karten? Er kann sich halt gut heilen. Hat viele Townviecher. Wenn ich so an die Bäume überlege, die er rufen kann. Die Charge haben. So, aber bringt der nichts. Du musst eh an den vorbei. Ah, hau raus. Oh, der Silence. Uh. Okay. Hammerhart. Er hat trotzdem einen Attack. Oh no. Dann hat der nur noch sieben Attack. Oh no. Oh no. Kannst du noch nicht mit mir machen, Freund der Sonne. Aber du kannst ja nicht auch. Oder? Hast du noch das auch? Ja, komm. Komm mal her rein. Hier so. Du nicht nehmen Kerze. So, dann opfern wir zwei Viecher, damit du an dein eigenes Vieh vorbei kannst. Ha ha. Ha ha. Johnny Light heißt er. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Oh, macht er dem jetzt 5 Damage. Ah ne, der macht allen 2 Schaden. Ja, ist auch ne Idee. Okay. Ist eine Möglichkeit, ja. So, der tötet den. Schön. Und die beiden wollen mich nicht angreifen, wie es scheint. Ja, weil es ist ja kein Ding. Machen wir ja jetzt ganz easy. So. So, da hat er seinen Taunt wieder. Well played. Tja. Ein Satz mit X, das war wohl nix, mein Freund. Mef... Mefreneme. ja 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 geht doch dritte runde dritter sieg jetzt wieder ein bonus sternchen supi supi läuft doch am spiel master auf 13 15 ok und drei von fünf das sieht doch gut aus wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es wieder heutzutage bis denne